Hallo und herzlich willkommen wieder bei Marcel Lentvogel heute. Ja Leute, wir wollen heute wieder Minecraft spielen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Warte Leute, was ich euch noch kurz sagen wollte. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne abonnieren. Und nicht locker anzumachen, den ihr natürlich kein Video mehr verpasst. Und jetzt geht's los mit dem Video. Viel Spaß. Okay Leute, letztes Mal, das war aber schon ganz, ganz schön lange her. Ich glaube schon zwei Wochen hat das her. Haben wir eine Überlebenwelt gestartet bei Minecraft. Ja, wir haben ja schon eine Überlebenwelt. Wer das Video natürlich noch nicht gesehen hat, kann ihr gerne vorbeischauen. Ja, da haben wir ja letztes Mal so eine Überlebenwelt gestartet, wie ihr schon seht. Aber Leute, ja ich glaube, ich weiß es jetzt nicht. Haben wir das vielleicht aufgenommen? Ich weiß es nicht, wie das jetzt der Titel, wo wir in Dorf waren, hier aufgenommen haben. Auf jeden Fall, ich weiß es nicht. Ich hab auf jeden Fall Leute mal ein Video gemacht hier über Überlebenwelt. Ich weiß aber nicht mehr, wie wir hier waren. Auf jeden Fall habe ich mal ein Video gemacht, Leute. Aber es tut mir sehr, sehr leid. Das Video ist nichts geworden. Also, ja, ich weiß jetzt nicht, wie wir hier in Dorf waren. Auf jeden Fall habe ich ein Video gemacht, Leute. Und man hat meine Stimme nicht gehört. Das war ein bisschen scheiße. Deswegen, sorry Leute. Also, ich glaube, wir haben hier das Dorfvideo gemacht. Ich weiß es aber nicht. Also, wenn nicht, sorry Leute. Ich weiß es jetzt nicht, wie wir jetzt hier das Dorfvideo schon gemacht haben in der letzten Episode. Auf jeden Fall, ja, wir spielen heute wieder Minecraft in der Überlebenwelt. Ein Video habe ich hier im Fall aufgenommen, das weiß ich. Aber ich habe ja noch ein Video aufgenommen, aber ich habe ja leider nicht von Stimme gehört. Beziehungsweise, muss ich auch Video löschen. Also, wenn wir hier beim Dorf nicht gefilmt haben, sorry Leute. Das wollte ich jetzt nicht machen. Aber ich kann nichts dafür. Mein Gerät hat meine Stimme nicht aufgenommen. Ja, ich habe bestimmt eine halbe Stunde hier gesessen und gespielt und natürlich gelabert. Aber meine Stimme hat man einfach nicht gehört. Leider. Ja, also, sorry Leute. Ich weiß jetzt nicht, wie wir hier beim Dorf aufgehört haben. Aber, naja. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Also, auf jeden Fall, Leute. Ja, wir wollen heute wieder Minecraft spielen. Hier in der Überlebenwelt. Hab ich ja schon gesagt. Sind hier im Dorf. Also, auf jeden Fall, wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht. Ja, aber ist jetzt auch egal. Ich hätte es auch nicht so schlimm, Leute. Ja. Ja. Ist auch nicht so wichtig. Sorry, Leute. Ne, ich so lange kein Video mehr gemacht habe. Aber, Leute. Ja, Mathe-Test geschrieben. Und jetzt haben wir wieder ein Deutsch-Test. Und noch einen Rally-Test morgen. Huh. Also, das wird ganz schön knifflig. Oh, Leute. Fisch. Ich habe keinen Fisch. Ein Stück geben. Ein M-O-Welt, Leute. Hört doch mal auf, Mensch. Hä, habe ich Pfeile? Ich habe mir mal ein paar Pfeile geholt, Leute. Ey. Toll, wer hat uns denn hier jetzt eingebaut, Mensch? Muss ich mich hier raus machen? Sorry, Leute. Tut mir leid. Okay, Leute. Wir machen uns jetzt weiter auf die Suche. Vorher schlabe ich jetzt erst mal. Ich freue mich gleich wieder sterbe. Ich habe mir gedacht, Leute. Wir machen uns heute einfach nochmal ein Micro-Video. Wenn ich verkehrt. Ich kann mich auf die Video machen. Ja. Okay, jetzt gehen wir weiter auf die Reise. Gehen wir doch von das Dorf weg. Und hier sind viele Schweine. Das ist ja auch perfekt. So, ich sehe sonst noch ein Schweine. Ich nehme den Ruhm. Kann ich aufmachen, natürlich. Ja, Kühl brauche ich auch. Kühl brauche ich auch. Kühl brauche ich auch. Mal kurz noch Kuh raus. Super, perfekt. 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 So. Und manche haben geschrieben in den Kommentaren, Leute. Es ist voll einfach, auf die PS3 Minecraft zu spielen. Leute, also wer das geschrieben hat, der irrt sich ganz schön. Weil Minecraft ist nicht so leicht, auf die PS3 zu spielen. Ist schon leicht. Da hat schon recht jemand, da hat schon jemand recht. Ja, es ist leicht. Wenn man es auch rauskriegt, ist es ja auch schon leicht. Aber es ist immer noch, auch wenn man es sehr, sehr, sehr gut spielen kann, es ist immer noch ein bisschen schwer. Da müsst ihr immer noch beachten. Nur wer halt Profispieler da drin ist, ist es kein bisschen schwer. Aber es ist auf jeden Fall schwer. Also wenn man das nicht weiß, ja. Es ist sehr schwer, also man sollte es nicht unterschätzen. Auch wenn man es kann. Es ist noch schwer. Man sollte es echt nicht unterschätzen. Ich meine, ich kann es jetzt auch. Ich bin, ich will natürlich nicht sagen, ich bin Profi, Leute. Wisst ihr ja sowieso, im Profi bin ich nicht hier in Minecraft. Aber ich kann es echt schon sehr gut, auf die PS3 Minecraft zu spielen. Seht ihr ja gerade. Und, aber, es ist immer noch für mich schwer. Ne, also ihr glaubt es nicht, aber es ist immer noch für mich schwer. Ist halt so, ne. Also man kann es jetzt nicht sagen, äh, ja. Es ist gar nicht schwer. Es ist schon schwer, Leute. Also sollte man nicht unterschätzen. Auf dem Handy ist das ja nochmal, also einer hat auch geschrieben, auf dem Handy ist es viel schwerer. Ne, das stimmt allerdings nicht. Also ist schon schwer. Ich habe es ja auch gesagt, wenn ein Anfänger ist es auch schwer auf dem Handy oder auf dem Tablet. Äh, aber sonst. Es ist eigentlich nicht schwer auf dem Tablet oder auf dem Handy Minecraft zu spielen. Auf die PS3 ist es immer noch anders, Leute. Weil, sorry Leute, meine Kamera ist gerade so ein bisschen flüchten gegangen. Also, äh, sorry Leute. Also hier, das ist auf die PS, also auf die Playstation 2 der Joystick. Und das hier ist von die PS3 der Joystick. Also, Leute, man soll es echt nicht unterschätzen, ne. Naja, man soll es echt nicht unterschätzen. Sorry, Leute, wenn ich das gerade einfach aufgenommen habe, sorry. Ich bin nämlich auf den Aufnahmeknopf gekommen, sorry. Aber ist ja auch nicht gerade so schlimm, hat der nur kurz aufgenommen. Ich bin gerade auf den Aufnahmeknopf gegangen, dann auf einmal hat das gefilmt. Ich habe das direkt wieder ausgemacht, Leute. Also, ich habe euch jetzt die zwei Joysticks gezeigt, also es sind echt unterschiedliche, ne. Wieso, man sollte nicht unterschätzen. Wenn man sich gerade nicht mit PS3 auskennt, mit Minecraft, oder generell nicht mit PS3, ist es schon mega, mega, mega schwer. Auch wenn man es kann, wenn man ein richtiger Profi ist, kann man natürlich auch alles, dann ist gar nichts mehr schwer. Aber wenn man bei mir jetzt auch ein Profi ist, aber nicht so ein Profi, ne. Also, man kann es gut, trotzdem ist es dann noch schwer. Also, Leute, ihr sagt jetzt bestimmt, ach, er lügt. Aber kauft euch eine PS3, Leute. Kauft euch das Spiel Minecraft, dann wird ihr sehen, wie ich recht habe. Wird jetzt vielleicht sagen, ähm, nein, es ist nicht schwer. Also, ihr kauft euch eine PS3, das Spiel Minecraft, dann seht ihr es selber, Leute, ne. Also, ja. So ist es. Ja, ich will jetzt hier nicht der, äh, Angeber sein und sagen, äh, ja, ihr habt falsch recht. Ihr habt ja auch schon recht, es ist ja auch leicht, aber natürlich wird es immer schwer bleiben, außer man ist ein richtiger Profi, Leute. Man soll jetzt sagen, äh, ihr lügt, Leute. Das stimmt ja auch, aber es ist immer noch ein bisschen schwer, auch als Profi. Ähm, das ist ja auch leicht, Leute. Also, lügt ihr ja nicht, aber trotzdem kann es immer noch ein bisschen schwer sein. Vielleicht für Leute, ähm, die gutes Minecraft können, die auch kein Profi sind, aber gute Minecraft können, die können die Stadt, sind richtig mit aus, die haben keine schwere Hilfe mehr dabei. Ist ja okay, aber bei mir war es so, nicht, dass gut kann, aber immer noch, ähm, ein bisschen, ja, Übung brauche. So, und das seht ihr jetzt auch hier, ne? Also, ja. Also, viele haben auch eine, komm, danke schön, ich hab mich verbessert. Dankeschön für die, ähm, nette Kommentar. Ja, aber, so, verbessert habe ich mich jetzt nicht, aber ich hab mich schon verbessert, das stimmt jetzt allerdings. Aber, ja. Ähm, ja. Ich bin halt noch nicht so gut hier drin. Naja. Diesmal muss ich auf meine Zeit achten. Letztes Mal war das ein bisschen zu lang, Video. Aber egal, Leute. Aber es ist trotzdem noch hochgeladen gekriegt. Aber diesmal muss ich auf die Zeit achten. Bis jetzt haben wir nur 10 Minuten. Geht ja noch. Okay, dieser Kohle King mir da oben nicht drunter erst mal. Ich will jetzt auch nicht wieder sterben. Ich will hier das Kohle King mir. Ich will jetzt echt ärgerlich, weil wir jetzt sterben würden. Könnt ja auch mal einen Kommentar ausschreiben, wenn wir wieder Lucky Blocks Rage spielen wollen. Mit Lucky Blocks, also nicht Lucky Blocks Rage, aber Lucky Blocks. Wieder. Es hat mir echt Spaß gemacht. Dann, schöne Lucky Blocks. Aber natürlich auch wieder nur Müll rausgekriegt, aber es hat Spaß gemacht, die Lucky Blocks zu öffnen. Und man ist ja auch immer gespannt, ob man da rauskriegt. Man weiß hier nie, ne? Also, kommt ganz, 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 ganz ganz verschiedene Sachen raus, also. Ja. Auf jeden Fall sehr cool. Zwölf Minuten. Hä? Was? Zwölf Minuten, okay. Okay. Okay, Leute, dann fallen mir gerade noch ein bisschen Stein. Okay, Leute. Und ich würde sagen, das war mein Video. Okay, Leute, das war mein Video. Könnt ihr ja gerne einen Daumen nach oben. Daumen nach oben. Natürlich, wie euch das gefallen hat, Leute. Vergiss natürlich nicht zu abonnieren. Und die Gluckabons machen ihr natürlich kein Video mehr verpasst. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wie euch das gefallen hat. Mir hat sehr gefallen, das Video. Ja. Und ja, ihr könnt ja auch gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ich mal in den Kommentaren schreibe, wenn ich mal in den Kommentaren schreibe, wenn ich immer ein Video von meiner Katze machen soll. Und gerne kann ich das machen. Und ich kann das machen. Alles, was ihr in den Kommentaren schreibt für Videos, kann ich machen. Ähm, außerhalb so, ja, mit meiner Freundin kann ich auch Videos machen, außerhalb so verrückte Videos mache ich natürlich nicht. Aber mit meiner Freundin Videos, so beispielsweise jetzt die Frage-Challenge oder so, kann ich gerne machen. Äh, ich brauchte ihn nur zu fragen. Also sie macht gerne Videos mit mir. Deswegen, ja. Und ihr könnt ja auch bei Angelique den Kanal vorbeischauen. Angelique Abigail heißt sie. Sie macht jetzt im Moment keine Videos, äh, weil sie im Moment auch, wie ich, in der Schule bin und sehr arbeiten muss. Deswegen macht ihr jetzt erstmal keine Videos, aber ihr könnt natürlich die alten Videos schon noch gerne vorbeischauen. Ja, und ich würd sagen, ja, ihr wisst ja schon, wie die 20 Abonnenten. Ich blende sie jetzt nochmal ein, hier steht 20 Abonnenten. Ja, Leute, ihr wisst ja, wenn mich alles abonniert hat, kriegt eine riesen Überraschung. Ich weiß schon was, ob ich ja ratz, natürlich noch nicht. Ja, und ich würd sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Marcel.